Ich geh durch die Wände Moment, warte, 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 ich hab nur... Aber nein! Ja, das macht man natürlich mit einer offenen Tür. Spaut man natürlich Pferde. Äh... Nein, hast du das dabei gesehen? Warte, ich brauch vier Handfeuerwaffen auf Skillpunkte. Die sind dabei über den Zaun einfach gejumpt. Warte mal, weil muss ich mal ganz kurz... Guck mal, Knojki, warte. Ein Pferd ist tot. Ich hol den Knojki ab. Aber dann geht das nicht, ne? Okay, ich glaub, du ist die Kollision bei deiner ziemlichen Arsch. Guck dir das mal an, hier. Guck dir, Knojki...